Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute mal wieder ein Spiel unserer A-Jugend vom 1. FC Köln gegen Groß Asbach. Oberligisten. Genau, Oberligisten. Endlich mal ein anderer Gegner als immer nur die gleichen, wie es bei Zaun-Zeit so war. Aber freuen wir uns drauf. Schiri, jetzt pfeift an, was macht ihr denn? Ich bin bereit und ihr schläft. Der andere geht hier noch hin. Wie wir am 11. schon durch. Ja, Rainer. Sag ich doch. Der hat zertisch hier. Der ist so entspannt. Hoffentlich machen die hier kein 4x30 oder was. Hab ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Dann kann ich zwar nichts hinterher machen, aber... Doch, Kalk. Ja, das ist mehr, ne. Ja. Stefan Baumgart zu Gast beim Jugendspiel. Gibt Böspunkte. Hoffentlich setze er dann noch ein paar Jugendspieler. Ja, dann hoffe ich, dass er auch auf die Jugend setzt. Kein Bock, dass es wieder so eine Debakel gibt wie letzte Saison. Drin geblieben sind wir ja, aber mehr auch nicht. Das stimmt, aber schon mal einen sehr positiven Eindruck. Ja. Ich muss mich aber mehr als der Burg mal wieder melden. Oh. Ich muss nicht... Wir müssen aber nicht kreis. Oh, jetzt aber. Jawohl. So. 1 zu 0 für unsere U90 1. FC Köln. Hat jetzt wie lange gedauert? Wie viel mehr? Minute. Das stimmt schnell. Jo. Guck mal, der übelste Gewitterbeutel. Jo. Der schüttet... Aber das muss ich jetzt nicht hier haben, wenn wir hier nicht filmen. So, auf. Bevor ich... Bevor ich... Bevor ich... Bevor ich einem Vorwurf, der mir schon vorgeworfen wurde, wieder... Wahr wird. Das muss ich mir nicht nochmal anhören wollen. Hälst du. Komm, Max, ich bin Hälst. Komm, du Hälst den, Jungen. 1 zu 1. Ja, wie bei der EM. Das ist ein Meter. Ja, das war jetzt irgendwie aus dem Nichts. Ja, das war aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts. Einfach mein Tor. Nachher München fehlt mir auch noch einige Sachen. München, ja. München fehlt noch... Wo wir waren. Ich war hinter dem Fernsehtürm. Ach, das Video kommt ja sowieso bei Online-Prenkel-Lonen-Suturians. Das könnte man in Leverkusen genauso machen, bei Zaung-Gästen. Die lassen immer noch keinen rein, ne? Ne. Deswegen könnt ihr jetzt genauso, wie Westhofen-Ensatz gemacht hat. Einfach das Tor an die Seite schieben, wo es keinen stört. Ich dachte auch, was macht dieses Tor hier? Sind wir in Leverkusen, wo ich das da in Westhofen gestern gesehen habe? Obwohl ich gerade darüber rede, ich will das oben mal verlinken. Für die Zuschauer, damit die wissen, was ich meine. Und 2-1-4. Groß Asbach. Scheiße. Das ging aber einfach. Ja. Ja. Ist ja gleich Halbzeit, ey. Das war doch ganz gut von Aster. Halbzeit-Stand 2-2. Finde ich auch. Ist gar nicht so stark eingeschätzt, ey. Viele Tore. Das habe ich aber auch gemacht als Asche noch. Ja. Wenn es euch noch nur noch Asche finden willst, musst du Fortuna 3 noch fahren. Darf noch Asche. Da ist noch Asche. Ja, Arminia Köln hat auch eine Asche. Auch schön. Warst du mal da? Nein. Hast du mal hinfahren? Gut. Köln werden immer weniger Asche passiert. Ja. Müss ich auch noch mal hin. Ja, müss ich auch. Bis ein Auto da bei Blocker-Boys da jemanden finde, der mich fahren kann da hin. Ja, ich bin da. Müss ich auch noch mal hin. Na, müss ich auch irgendwann noch mal hin bestätigen. Oh, der war nah. Komm, Junge, zieh. Komm, zieh. Oh, Mann. Ja, g... Oh, Leute. Oh, Leute. Na gut, das ist ja auch so. Ja. Und was ist jetzt? Macht Asche jetzt ein Tor, oder was? Sehen wir ja jetzt. Tut mir leid, das bleibt wohl... ...ein Traum. Und... Ja. Drei zu zwei für unsere U19. Sehr schön. Heute besser gemacht als gestern. Jetzt haben wir fünf Tore versemmelt zu filmen, heute fünf Tore draufgekriegt. So, jetzt haben wir sie im Sack, oder nicht? Ja. Na, ich trau dir noch zu, dass sie nochmal zurückkommen. Das trau ich dir eigentlich allerdings auch zu. Kann aber passieren. Vielleicht aber, dass am wenigsten die Hinrunde gespielt wird. Dass die Saison nicht einfach ohne Werbung abgeworfen wird. Ja. Vielleicht die letzte Tore schon kommen. Großabschlager. Und nicht so früh bei Jugendspielen. Boah. Boah, Mann. Endstand 3 zu 2 für unsere U19 des 1. FC Köln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Oder ein Abo. Und vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für 700 Abonnenten. Das ist schon eine starke Leistung, oder Tobias? Mal gucken, wo wir uns das nächste Mal sehen. Ich vermute mal wo. Bei Blau-Weiß Köln, denke ich mal. Ja, mach ein Idiot, Leute.